Hallo ihr Lieben, so, heute geht's in den Urlaub. Ich versuche so ein bisschen vlogtechnisch euch einfach mal mitzunehmen. Und genau, ich habe hier unten mein Chaos noch liegen. Und aber ich denke, das kriegen wir gleich noch in den Griff. Dann essen und dann let's go. Und genau, wir, meine Freundin und ich, wir fahren nach Senftenberg und haben dann hoffentlich eine ganz schöne Zeit. Nächste Station, Springfuhl, Übergang zur S-Bahn-Linie 75. Schönwalde, Spreewald, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Sobald Lyft Sobald Lyft Vielen Dank. 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 Hallo. Ja. Ja. Und... Und...